Servus, grüßt euch bei Camping TV. Heute mache ich mal ein absolutes Anfänger Video für alle die, die demnächst einmal zum Campen anfangen wollen und sich einen Wohnwagen kaufen. Da geht es jetzt einfach um das Thema, welchen Wohnwagen darf ich an mein Auto ohne hängen? Ich kann euch aus meiner Erfahrung erzählen, weil ich habe mir da wahnsinnig schwer getan, dass ich verstanden habe, was darf ich ziehen, was darf ich anhängen. Das sind so viele komplexe Themen und da wäre ich froh gewesen, wenn mir irgendeiner gesagt hätte, an was er mir da richten kann. Und deswegen macht man es einfach ganz einfach. Ich erzähle dir oder euch, wie es mir gegangen ist und was ich momentan mache. Dann darf ich sagen, fangen wir mal an mit dem Auto. Das Auto ist das, was man ja meistens schon hat. Jetzt schaut man da in die Papiere rein. Jetzt hat man wahrscheinlich ein stinknormales Alltagsfahrzeug, wie ein Golf oder so wie ich, ein 2er BMW. Da steht jetzt zum Beispiel drin, maximales Anhängegewicht ist 1300 Kilo. Was heißt das jetzt? Ich habe dann gedacht, ja dann muss ich einen Wohnwagen kaufen, der wo maximal Gewicht hat von 1300 Kilo, weil mehr darf ich ja nicht anhängen. Steht ja im Auto so drin. Das ist aber jetzt bloß bedingt richtig. Ich darf anhängen, egal was hinten dran. Es darf nur nicht schwerer sein als 1300 Kilo. In dem Fall jetzt zum Beispiel. Das einzige Problem ist, man muss sich halt mit dem Führerschein Gedanken machen. Den Aspekt, den vergesse ich immer gern, weil ich bin so ein alter Sack, der wo Führerschein Klasse 3 hat. Also ich darf nur so gut wie alles fahren. Aber bei den neuen Führerscheinen mit B, B96, BE, da sollte man sich halt überlegen, was habe ich, wo will ich hin und das vielleicht am Anfang schon mal abklären. Den richtigen Führerschein dann auch machen, weil das macht alles keinen Sinn, wenn ich mich in den Grenzen bewege, was möglich ist, was ich gerade habe. Also in meiner wegen, ich habe ein Auto mit, also ich habe das Auto, was ich schon habe, mit meiner wegen 1300 Kilo Anhängelast, habe einen B-Führerschein. Das heißt, ich darf 3,5 Tonnen fahren. Mein Auto hat vielleicht 2000 Kilo Gesamtgewicht. Das heißt, ich darf einen Wohnwagen kaufen mit 1500 Kilo, weil ich erst vom Führerschein nicht mehr fahren darf. Und da ist halt schon wieder, habe ich eine Familie, bin ich zu zweit. Wenn ich eine Familie habe mit ein, zwei Kindern, guter Rat, macht es gleich mal einen anderen Führerschein. Dann kommt es darauf an, was darf ich jetzt anhängen. Wie gesagt, man denkt, man darf jetzt nur das anhängen, was im Auto eintragen ist. Aber da ist man meistens vom Wohnwagen her, auch so in der Zwickmühle. Ich kann es euch jetzt einmal so sagen, ich habe einen Wohnwagen gekauft, der hat laut Prospekt um die 1100 Kilo Leergewicht. Und in der Standardausführung hat er 1300 Kilo Gesamtgewicht. So, in meinem Wohnwagen kommt jetzt noch ein Mover rein, da kommt eine Dachmarkise drauf. Das eine oder andere findet sich schon noch, aber da hast du den Ruckgezug schon mal 100 Kilo beisammen. So, dann haben wir schon bei ca. 1200 Kilo. Ungefähr, weil das reelle Gewicht unterscheidet sich auch immer noch ein bisschen, je nachdem, was ich bestellt habe. Ja, dann wird es eng mit der Unterhose, weil mehr kannst du nicht mitnehmen. So, jetzt habe ich es so gemacht. Mein Auto darf 1300 ziehen. Ich habe einen Wohnwagen gekauft, der 1700 Kilo zulässiges Gesamtgewicht hat. Jetzt gibt es da wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ich hänge den Wohnwagen dann dran und darf nicht mehr wie 1300 Kilo dann einladen. Oder ich weiß, ich kaufe mir ja eh demnächst ein neues Auto, das wo dann die Anhängelast hat, dann ist es wieder kein Problem mehr. Oder wenn es so blöd gelaufen ist, ist es wie jetzt bei mir. Wir haben uns ein Auto gekauft, wollten eigentlich nicht mehr campen, jetzt campen wir doch wieder. Jetzt hat das natürlich das falsche Anhängelgewicht. Jetzt kommt halt dazu, dass unser Deutschland, unser idiotisches Deutschland mit den ganzen Dieselaffären und so, die Leute schon alle so verblödet haben, dass das Auto auch keiner kaufen will. Zumindest nicht für einen vernünftigen Preis. Jetzt habe ich dann den Weg gewählt. Ich habe eine Anhängelasterhöhung gemacht. Das geht auch. Geht nicht bei jedem Fahrzeug. Also man muss sich da schon überlegen, macht das Sinn? Mein Auto ist ein Diesel, hat 150 PS, hat 330 Nm Drehmoment. Der hat also mit dem Gewicht von Wohnwagen überhaupt kein Problem. Es ist halt bloß bescheuert, warum in dem Fall BMW da so eine niedrige Anhängelast eintragen hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich habe eine Zuglasterhöhung gemacht. 1.750 Kilo, also mit meinem Wohnwagen kein Problem. Mein Führerschein, wie gesagt, ich habe noch einen alten 3er Führerschein, auch kein Problem. Also alles gut. Ich werde natürlich über kurz oder lang, sobald sich die Lage wieder beruhigt, werde ich mir ein Auto kaufen, das wo auch dementsprechend die Original Anhängelast hat. Weil es auch immer mit der Garantie ein bisschen ein Problem ist. Das muss man sich bewusst sein. Man darf das alles fahren, wenn der Führerschein passt und und und. Aber man muss halt wissen, was man selber will. Also man sollte sich schon überlegen, wo will ich hin? Und das funktioniert beim ersten Wohnwagen nicht. Das kann ich euch auch versprechen. Mein erster Wohnwagen war genau das. Ich habe den gekauft mit 1.300 Kilo Gesamtgewicht, habe da einen Mover eingebaut, weil den brauche ich ja nicht. Also am Anfang braucht man ja alles nicht. Bloß dann sieht man es halt bei den anderen und dann braucht man plötzlich doch alles. Und dann ist es schon eng geworden. Dann haben wir irgendwie 50 Kilo für unsere Klamotten gehabt. Das war natürlich immer mega kacke. Tja, das sind jetzt so die ersten Eindrücke, die ich euch so mitgeben kann am Weg. Wer das alles genauer wissen will, ich habe da noch viele, viele Videos gemacht, wie das mit den Gewichten genau gerechnet wird. Aber in dem Video will ich jetzt da nicht so tief drauf einsteigen. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Bis zum nächsten Mal. Servus.